WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich wollte wissen, wie steil ich abfahren konnte, ohne mich umzubringen. Ich habe Lawinen der Kategorie 3 ausgelöst. Man kann akzeptieren, dass man dabei umkommt. Extremskifahren ist eine Lebenshaltung. Es hat mich zum Mann gemacht. Die Gefahren sind groß, doch der Kick ist größer. Ohne Risiko kein Abenteuer. Und Abenteuer ist ein wichtiger Teil des Lebens. Take your risk, because it's the ultimate man. Und wenn du fliegst, ist das... Die meinen, du seist durchgeknallt und hättest keine Angst. Es war so schnell, dass alles verschwann. Ein unglaubliches Gefühl. Nachdem ich aus dem Knast kam, stand ich auf Skiern. Da konnte ich alles richtig machen. Dies ist die Geschichte von Skifahrern, die ihre Bestimmung in den Bergen fanden. Wir sind Bergmenschen. Das ist unser Leben. Ich wollte ein normaler Mensch mit normalem Job werden. Das ging aber nicht. ... ... ...